Liebe Freunde, heute ist der Frank bei mir. Schöne Grüße. Hallo, schöne Grüße. Auch ein fleißiger Übermittelvideos. Und wir spielen auch jetzt ein liebes Brauerlied. Das ist so schön, so schöne Ruhe. Und das macht er ganz schön und das spielen wir auch jetzt auch. Weg. Mach aus. Schnee. Ich wusste ja, ich kann das nicht. Ich wollte das aber gut gespielt fahren. Ja, aber jetzt kann ich das nicht. Du weißt doch, oder? Weißt du, du weißt schon. Mach mal, ich kann das nicht. Das läuft immer weiter. Nein. Ich wusste ja, einfach üben. Ja, wirklich ist das okay. Weißt du, das ist ganz okay. Warte, seid ihr? Es klappt. So, jetzt aber. Und dann das Brautlieb. Das Brautlieb. Das Brautlieb. Das Brautlieb. Das Brautlieb. Das Brautlieb. Ja. Das war's für heute. Da ist man so aufgeregt. Das ist ja Wahnsinn. Aber das ist ja super, Reni. Achtung, da stirre ich ihn da runter. Jetzt ist noch eine Kirsche. Sehen. Danke. Ich wurde auch fertig. Wir machen das nochmal. Das Brautlied. Genau. Spürt der Frank. Und jetzt? Elerfrei. Ja. Vielen, vielen Dank. Das Brautlied. Das Brautlied. Danke. Danke schön. Da. 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 Schön. Oder? Ja. 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 Ganz kurz. Für unsere lieben Zuschauer. Von wo bist du? Ich bin aus Hahn. Das liegt zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Also ganz schön weit angereizt. Ja, sind wir. Wie bist du zur Harmonikruhe gekommen? Schon 10 Jahre? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren spiele ich. Aber erstmal mit den Michelbauer Noten. Und seit jetzt ein paar Monaten mit deinem System. Und gefällt dir gut? Das läuft ja. Das läuft ja. Ab und zu mal gut, mal und mal vergisst man es wieder. So ist das. So ist das, ja. Aber das ist Freude dran. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ist das Schöne dran an dem Freien? Dass man sich einfach hinstellen kann. Und einfach mal spielen. Ohne Noten. Das ist toll. Das ist total toll. Schon gerne. Aber du kennst den Unterschied auch. Ja. Weil viele Instrumente immer 3 Meter unten mit den Videos. Aber auch den Unterschied dazwischen da. Dass man immer hinschaut. Ich habe ihm heute gerade gesagt. Man ist abhängig von den Noten, den Notenständer. So. Und man kann nicht einfach das Instrument nehmen und spielen. Und so. Und wenn man mal Skifahren war. Wenn man mal Bergwandern war. Und auf einer Hütte war. Dann weiß man. Dass man so ein Instrument einfach von Bord nimmt. Und spielt. Und das ist super. Das ist echt schön. Wenn man auch einen Fehler nicht macht. Das ist Spaß. Das ist eine Lust. Das gehört halt dazu. So ist das. Aber einfach irgendwas drauf machen. Das klingt ja auch wenn man falsch spielt. Na ja. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Aber das war gut. Ja. Wir nehmen den Versuch den letzten. Der war gut. Der war fast gut. Ja. Der war ein kleiner Hänger. Ja. Wir lügen wieder fleißig weiter, liebe Freunde. Und Frank könnt's vielleicht mal treffen irgendwo. Mal hier in Tirol. Oder? Ja. Bei einem Seminar. Vielleicht wenn er mal Künstler wird. Wenn der Kuh. Bestimmt. Auf jeden Fall. Also bis bald. Tschüss. Tschüss. bene. Çok gut. Jetzt Bo오. zur Verfügung. Vielen Dank.